Diese Sendung wird präsentiert von der Krebsliga. Lust auf eine Veränderung? «Einfach gesund» versorgt euch jede Woche mit Wissenswerten für einen gesunden und bewussten Lebensstil. Was in der Chilisauce? Zucker? Auf unserer Website www.einfachgesund.tv und auf unserer App findet ihr täglich neue Tipps, um in Schwung zu kommen und zu bleiben. Ob Bewegung oder Beauty, Moderator Franco Marvulli geht der Sache auf den Grund. «Einfach gesund» Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Einfach gesund». Heute befinden wir uns im Herzen von Zürich, und zwar in der Balboa Garage. Neben mir Timo, heute mein Personal Trainer. Einer der wichtigsten Punkte für ein gesundes Leben ist natürlich die Bewegung. Aber wieso sollte man sich denn regelmässig bewegen, Timo? Ja, ich denke jeder, der sich mal über einen längeren Zeitraum regelmässig bewegt hat, merkt, dass er nicht nur mehr Energie hat, eine positivere Grundeinstellung zum Leben, sondern auch ein gesünderes Aussehen an sich. Gut, legen wir los. Ohne Bewegung kein Vorwärtskommen. Das Bedürfnis nach Bewegung ist den meisten Menschen abhandengekommen. Sie verbringen viele Stunden am Tag sitzend am Computer und nehmen eine völlig unnatürliche Haltung ein. Diese Position legt die Muskeln lahm. Als Folge davon verliert das Becken an Stabilität und die Wirbelsäule an Elastizität. Zudem wird in Bandscheiben die Nährstoffzufuhr unterbunden. Daraus resultieren verkrümmte Wirbelsäulen, Verspannungen, Kopfschmerzen und Bandscheibenvorfälle. Dabei gäbe es eine einfache Lösung – aktive Betätigung. Mit der richtigen Bewegung werden nämlich nicht nur Stresshormone abgebaut, sondern auch Glückshormone ausgeschüttet. Bewegung macht also beweglich – physisch wie auch psychisch. Wer sich genug bewegt, stärkt Abwehrkräfte und Knochen, erhöht den Energieverbrauch, beugt Übergewicht vor und regt den Kreislauf an. Durch Bewegung wird die Sauerstoffaufnahme des Körpers deutlich erhöht und der Stoffwechsel aktiviert. Ohne Bewegung bleibt der Energieaufwand klein und es ist schwieriger, das Körpergewicht zu kontrollieren. Ausreichend Bewegung ist also Voraussetzung für ein gesundes Leben. Erwachsene sollten sich während zweieinhalb Stunden pro Woche bei mittlerer Intensität oder ein wenig mehr als eine Stunde bei hoher Intensität bewegen. Aktivitäten, die dich nur wenig ausser Atem bringen, sind mittel eingestuft. Hohe Intensität wird bei Sportarten erreicht, bei denen du ins Schwitzen kommst, wie beispielsweise beim Joggen. Wer rastet, der rostet. Diese fünf Tipps helfen dir, mehr Bewegung in dein Leben zu bringen. Zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche bringen dich und deinen Alltag in Schwung. Geh kurze Strecken zu Fuss und steige eine Busstation früher aus als üblich. Steigere dich von Woche zu Woche. Schwing dich auf den Fahrradsattel, anstatt in den Autositz zu plumpsen. Fahrtwind ist doch besser als Klimaanlage. Versuche deinen Kaffeeklatsch in der Stadt mit einer Plauderstunde auf einem schönen Spaziergang zu ersetzen. Probiere neue Sportarten aus und finde eine, die dir Spass macht. Schon mal was von Antara, CAX oder AirBari gehört? Wie intensiv und oft man sich bewegen soll, da teilen sich die Meinungen extrem. Wir haben zwei verschiedene Ansichten für euch bereit. Ob intensives Workout wie beim High Intensity Interval Training oder fliessend sanfte Bewegungen wie beim zeitgenössischen Pilates. Welche Art von Training am effizientesten ist, hängt vom Bewegungsziel ab. Für mich ist Bewegung Lebensqualität. Und dann muss man halt für sich selber definieren, was für diese Lebensqualität bedeutet. Ist es Bewegungsfreiheit im Alltag oder sportliche Leistungsfähigkeit? Und so richtet man dann sein Training aus. Bewegung bedeutet eigentlich alles für uns. Wir kommen nicht vorwärts so nicht, dass wir uns bewegen. Wir müssen unsere Bewegung nehmen, wie wir atmen, essen oder trinken. Das gehört zu unseren Zellen. So sind wir programmiert. Wie oft man sich bewegt, kommt auf die Art des Trainings an. Bei dieser Art von Training, das ich mache, kann man jeden Tag machen. Es gibt Kraft. Es verbessert die Regenerationsfähigkeit. Und bei anderen Arten muss man vielleicht mal eine Pause dazwischen lassen. Zeitgenössisches Pilates verbessert das Körpergefühl und kräftigt die tiefliegenden Bauch- und Rückenmuskeln. Dadurch wird gezielt Kraft, Stabilität und Elastizität entwickelt. Diese Bewegungsform sorgt für gesunde und bewegliche Gelenke. Strukturiert bewegen in einer normalen Umgebung, so wie man das jetzt bei uns befindet in der Stadt, sollte man sich vielleicht zwei- bis dreimal anfangen, von 45 bis 90 Minuten pro Woche. Es kommt darauf an, welcher Intensität das ist. Hochintensives Intervalltraining besteht aus kurzen, aber intensiven Übungen, die von Regenerationsphasen abgelöst werden. Vor allem der Bauch kriegt mit dieser Kombination sein Fett weg. Durch den Anstieg der Wachstumshormone werden Muskeln schnell aufgebaut. Ein zeitgenössisches Pilates ist natürlich sehr effizient in sich selber. Und dadurch, dass es körperweite dynamische Stabilität und Balance optimiert, unterstützt jede Sportart und jedes leistungsorientierte Training. Die Effizienz des Trainings ist eigentlich immer abhängig vom Ziel, das man selber hat. Aber wenn man einfach eine generelle gute Grundfitness mit vielleicht nicht allzu viel Zeitaufwand anstreben möchte, dann ist High Intensity Intervall Training sicher goldrichtig. Timo, Training allein oder im Team. Du als Fitness-Experte, was ist deine Meinung? Ich denke, für die meisten Menschen ist Training in der Gruppe einfach viel motivierender. Stell dir vor, oft fällt dir Training vielleicht alleine sehr schwer. Und da ist es gut, wenn du irgendwo hinkommst, wo schon Leute sind, interessante Leute, und Leute, die dich motivieren, noch einen Schritt weiter zu gehen und eben mit dir zu trainieren. Macht denn der Sport oder die Bewegung wirklich auch glücklich, oder ist das nur so ein Gerücht? Also, ich sehe es hier täglich in der Balboa Garage. Sport macht wirklich glücklich. Also, wenn hier die intensiven Workouts sind, dann sehe ich quasi die Endorphine sprühen. Gut, dann machen wir die Probe auf das Exempel und gehen trainieren. Ja, gut. Auf geht's. Okay, schnell. Erst schnell. Noch fünf, vier und den Ellenbogen nach oben führen. Eins und wieder nach unten. Wieder zurück. Gut so, Daniela. Sehr gut. Noch zehn. Geht ein bisschen weiter auseinander. Fünf. Von oben nehmen und gleich wieder nach unten. Beide gehen nach unten. Stabilität halten. Sehr gut. Eine von vier Runden ist es geschafft. Übrigens, wer sich regelmässig drei bis vier Stunden in der Woche bewegt, mindert sein Krebsrisiko um bis zu 30 Prozent. Sieben. Acht. Neun. Genau. Knie schön nach außen. Sehr gut. Genau. Super. Wie es sich anfühlt, 10'000 Schritte am Tag zu machen, und das während einer Woche, das zeigen euch jetzt Zips. The Zips. Das sind die Geschwister Coco und Steh. Musiker und im sonnigen L.A. zu Hause. Jede Woche stellen sie sich einer neuen Aufgabe. Dieses Mal 10'000 Schritte pro Tag, gemessen mit einer Schrittzähler-App. Das nimmt mich jetzt zu wundern. Hoi. Hoi. Was hast du gemacht? Ich war gerade im Park. Ich habe eine Testläuferin gemacht. Und? Bis runter, rundherum, bis ganz hinten im Park und vorne. Und weisst du, wie viele Schritte sind es? Wie viele? 5'000. 2'000, 4'000, 10'000, 90'000 Schritte. Wir müssen das fünfmal pro Tag warten. Ja. Ich gehe jeden Tag 3'277 Schritte. Also noch lange, noch nicht genug. Klassische Schrittlänge. Weisst du, was eine Schrittlänge ist? Wir sind am Laufen. Ja, wir sind am Schrittsammeln. Ich mache auch so kleine Schritte. Schau. Ja. Weisst du, wie viel das bringt. Es bringt nichts? Nein. Es wird ja in unserer App im Satelliten gemessen. Aber ich kann es schon probieren. Ich hätte mir mehr beigeben können, ich sage nur einen Meter gross. Dann hätte ich viel mehr Schritte. Super. Also, ja. Ob es gibt schlimmeren, oder? Ob es gibt schlimmeren, oder? Ob es gibt schlimmeren, oder? Ja, das ist so. Baden zählt nicht? Nein. Das machen wir eigentlich nie. Von daher gehen wir hier laufen. Ja, das ist auch viel zu romantisch für uns. 6'200. Ich habe schon heute Morgen einen Todesmuskelkater. Ja. Ich tanze viel. Da habe ich natürlich in dieser Woche immer das Handy auf mir gedreht. Morgen Spaziergänge durch L.A. Das ist schon schön. Es ist schon bald Feierabend. Und ich habe heute Abend noch Song-Ride-Sessions. Das heisst, wir sitzen im Studio den ganzen Abend. Und werden nicht sehr viele Schritte machen. Und darum muss ich jetzt, wahrscheinlich ein bisschen vorholen. Ich habe bis jetzt erst 4'000 Schritte. Weil ich heute Morgen nicht mehr renne. Was machst du? Ich muss auch Schritte reinholen. Das ist, glaube ich, die Tag Nummer 4. Und ich kann es also immer schön fleissig durchziehen. Und jetzt renne ich nur noch überall hin. So, wir haben es geschafft. Der Zettelstreetchallenge. Wie ist es gemein? Nicht jeden Tag war es einfach. Wir haben es geschafft. Es ist machbar, wenn wir es schaffen, können wir es machen. Du bist aber wachsend, habe Bussmasse zuhören gehört. Und man fühlt sich doch relativ fit. Das war es von einem bewegten Tag. Wenn ihr mehr Informationen wollt, dann geht doch einfach auf unsere Website. Dort findet ihr Tipps, Tricks und Videos. Alles um das Thema gesund leben. Und Timo hat dort für euch ganz speziell jede Woche eine Übung vorbereitet. Hier ist es wichtig, während der gesamten Übung Stabilität und Balance im ganzen Körper zu halten. Und jedes Mal exakt ... Timo, danke vielmals, dass wir hier sind. Zum Abschluss hast du noch einen Tipp für mich und unsere Zuschauer? Ja, Bewegung sollte grundsätzlich immer Spass sein und keine Qual. Probier einfach etwas aus, bei dem du deine Stärken ausbauen kannst und bei dem du immer wieder etwas Neues ausprobieren kannst. Also trainiere quasi nicht für eine Sommersaison, sondern trainiere für dein ganzes Leben. Gut, das war einmal das Commitment. Ich wünsche euch eine schöne und gesunde Woche und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche bei Einfachgesund. Alles rund ums Thema Ernährung. Das ist gesunde Fastfood und das aber am besten sofort geniessen. Bis zum nächsten Mal. Mach mit beim Einfachgesund-Wettbewerb und gewinne einen von fünf Schrittzählern, offeriert von der Krebsliga. Und am Ende der Staffel verlosen wir unter allen Teilnehmenden den Hauptpreis. Ein Jahresabo für eine Bio-Früchte- und Gemüsebox. Wie viele Schritte mussten SIPs pro Tag zurücklegen? A. 10.000 B. 1.000 Sende eine SMS mit dem Kennwort Gesund A oder Gesund B und deine Adresse an die Nummer 920. Eine E-Mail an einfachgesund-at-zat-1.ch oder rufe uns an unter 0901 560 063. Jeder Anruf und jeder SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von der Krebsliga.